erwachet erwachet ihr menschen aus bleiernem schlaf erkennt die unwürdige bürde die ihr tragt die mit unsagbar zähem druck auf millionen menschen lastet werft sie ab ist sie des tragens wert nicht eine einzige sekunde was birgt sie leere spreu die vor dem hauch der wahrheit scheu zerflattert ihr habt die zeit und kraft für nichts vergeudet deshalb springt die ketten die euch niederhalten macht euch endlich frei der mensch der innerlich gebunden bleibt wird ewig sklave sein auch wenn er könig wäre ihr bindet euch mit allem was ihr zu erlernen trachtet überlegt mit dem erlernen zwängt ihr euch stets in fremde formen die andere erdachten schließt euch willig einer fremden überzeugung an macht euch nur das zu eigen was andere in sich für sich erlebten bedenket eins ist nicht für alle was dem einen nützet kann dem anderen schaden jeder einzelne hat seinen eigenen weg zu der vervollkommung zu gehen sein rüstzeug dazu sind die fähigkeiten die er in sich trägt nach denen hat er sich zu richten auf denen aufzubauen tut er das nicht bleibt er ein fremder in sich selbst wird immer neben dem gelernten stehen das nie in ihm lebendig werden kann jeder gewinn für ihn ist damit ausgeschlossen er vegetiert ein fortschritt ist unmöglich merkt auf die ihr ernsthaft nach licht und wahrheit strebt den weg zum licht muss jeder einzelne in sicher leben er muss ihn selbst entdecken wenn er sicher darauf wandeln will nur was der mensch in sicher lebt mit allen wandlungen empfindet hat er voll erfasst das leid und auch die freude pochen dauernd an um zu ermuntern aufzurütteln zu einem geistigen erwachen sekundenlang wird dann der mensch dabei sehr oft gelöst von jeder nichtigkeit des alltags lebens und fühlt im glücke wie im schmerz sie ähnungsvoll verbindung mit dem geist der alles lebende durchströmt und alles ist ja leben nichts ist tot wohl dem der solche augenblicke der verbindung fasst und hält sich darin aufwärts schwingt er darf sich dabei nicht an starre formen halten sondern jeder soll sich selbst entwickeln aus seinen innern heraus habt mitleid mit den spütern und allen denen die dem geist des lebens noch entfremdet sind zünd ihnen nicht wenn sie sarkastisch werden denn diese sind nur zu bedauern wie trunkene wie kranke stehen sie vor dem großen schöpfungswerke das uns so viel bietet wie blinde die sich tastend durch das erdensein schieben und all die herrlichkeit um sich nicht sehen die ärmsten sind verwirrt sie schlafen denn wie kann ein mensch zum beispiel noch behaupten dass nur das ist was er sieht dass dort wo er mit seinen augen nichts bemerken kann kein leben ist dass mit dem sterben seines körpers auch er selbst aufhört zu sein nur weil er sich bisher in seiner blindheit durch sein auge nicht vom gegenteile überzeugen konnte weiß er nicht schon von vielen dingen jetzt wie eng begrenzt die fähigkeit des augens ist weiß er noch nicht dass sie mit der an raum und zeit gebundenen fähigkeit seines gehirns zusammenhängt dass er aus diesem grunde alles was sich über raum und zeit erhebt mit seinem auge nicht erkennen kann wurde noch keinem dieser später solche logische verstandesbegründung klar das geist des leben nennen wir es auch das jenseits ist doch nur etwas das völlig über das irdische raum und zeiteinteilung steht das also einen gleichartigen weg benötigt erkannt zu werden doch unser auge sieht nicht einmal das was sich in raum und zeit einteilen lässt man denke an den wassertropfen von dessen unbedingter reinheit jedes auge zeugt und der durch ein verschärftes glas betrachtet millionen lebewesen birgt die sich darin erbarmungslos bekämpfen und vernichten sind nicht manchmal bazilen in dem wasser in der luft die kraft besitzen menschenkörper zu zerstören und die dem auge nicht erkennbar sind sie werden aber sichtbar durch die scharfen instrumente wer will es daraufhin noch wagen zu behaupten dass ihr nichts neues jetzt noch unbekanntes schaut sobald ihr diese instrumente mehr verschärft verschärft sie tausendfach millionenfach das schauen wird deshalb kein ende finden sondern immer neue welten werden sich vor euch erschließen die ihr vorher nicht sehen konntet auch nicht fühlen doch waren sie vorhanden logisches denken bringt die gleichen folgerungen auch auf alles was die wissenschaften bisher sammeln konnten es gibt ausblick auf dauernde fortentwicklung doch niemals auf was ist nun das jenseits viele werden an dem worte ihre jenseits ist einfach alles das was sich mit irdischen hilfsmitteln nicht erkennen lässt irdische hilfsmittel aber sind augen das gehirn und alles andere des körpers ebenso instrumente die den teilen helfen in die tätigkeit noch schärfer und genauer auszuüben sie weiter auszudehnen man könnte also sagen das jenseits ist was jenseits der erkennungsfähigkeit unserer körperlichen augen ist eine trennung aber zwischen dies und jenseits gibt es nicht auch keine kluft es ist alles einheitlich wie die gesamte schöpfung eine kraft durchströmt das diesseits wie das jenseits alles lebt und wirkt von diesem einem lebensstrom und ist dadurch ganz untrennbar verbunden daraus wird folgendes verständlich wenn ein teil davon krankt muss sich die wirkung in dem anderen teile fühlbar machen wie bei einem körper kranke stoffe dieses anderen teiles strömen dann zu dem erkrankten über durch die entziehung der gleichart die krankheit dadurch noch mehr verstärkend wird nun solche krankheit aber unheilbar so fließt daraus der notwendige zwang das kranke glied gewaltsam abzustoßen wenn nicht das ganze dauernd leiden soll und die gefahr bedingt gesunde wechselwirkung welche durch falsche einstellung erschwert manchmal und denkbar ist aus diesem grunde stellt euch um es gibt kein dies und jenseits sondern nur ein einheitliches sein den begriff der trennung hat allein der mensch erfunden weil er nicht alles sehen kann und sich als mittelpunkt und hauptpunkt der ihm sichtbaren umgebung düngt doch sein wirkungskreis ist größer mit dem trennungsirrtum aber schränkt er sich nur ein gewaltsam hindert seinen fortschritt und gibt raum der zügellosen fantasie die ungeheuerliche bilder bringt ist es denn überraschend wenn als folge viele nur ein ungläubiges lächeln haben andere krankhafte anbetung die sklavisch wird oder zu fanatismus ausartet wer kann da noch erstaunen über scheue furcht ja angst und schrecken wie bei manchen großgezogen werden fort mit allen weshalb diese quälerei stürzt diese schranke die der menschen irrtum aufzurichten suchte die jedoch niemals bestand die bisher falsche einstellung gibt euch auch eine falsche grundlage auf der ihr euch umsonst bemüht den wahren glauben also innere überzeugung ohne ende aufzubauen ihr stoßt dabei auf punkte klippen die euch wunkend machen müssen zweifelnd oder zwingend den ganzen bau selbst wieder zu zertrümmern um dann vielleicht verzagend oder grohlend alles aufzugeben denn schaden habt ihr dabei ganz allein weil es für euch kein vorwärts kommen sondern stehen bleiben oder rückwärts schreiten ist der weg den ihr doch einmal gehen müsst wird euch dadurch verlängert habt ihr endlich die schöpfung als ein ganzes aufgefasst wie sie es ist macht keine trennung zwischen dies und jenseits dann habt ihr den geraden weg das eigentliche ziel rückt näher und der aufstieg macht euch freude gibt genugtuung ihr könnt dann auch die wechselwirkungen viel besser fühlen und verstehen die durch das ganze einheitliche lebenswarm pulsieren weil alles wirken von der einen kraft getrieben und gehalten wird das licht der wahrheit bricht euch damit an ihr werdet bald erkennen dass bei vielen nur bequemmlichkeit und trägheit ursache von spütereien ist nur weil es mühe kosten würde bisher gelerntes und gedachtes umzustoßen und ein neues aufzubauen anderen greift es in die gewohnte lebensführung ein wird ihnen deshalb unbequem lasst solche streitet nicht doch bittet hilfreich euer wissen denen die mit vergänglichen genüssen nicht zufrieden sind die mehr im erd das sein suchen als den tieren gleich nur ihren leib zu fühlen gebt denen die erkenntnis die euch wird vergrabt denn nicht das pfund denn mit dem geben wird auch wechselwirkend euer wissen reicher stärker im weltall wirkt ein ewiges gesetz das nur im geben auch empfangen werden kann wenn es um werte geht die bleiben sind das greift so tief durchzieht die ganze schöpfung wie ein heiliges vermächtnis seines schöpfers selbst losgeben helfen wo es not tut und verständnis haben für das leid des nächsten wie für dessen schwächen heißt empfangen weil es der schlichte wahre weg zum höchsten ist und dieses ernsthaft wollen bringt euch sofort hilfe kraft ein einziger ehrlicher und tief empfundener wunsch zum guten und wie mit einem flammenschwert wird von der anderen euch jetzt noch unsichtbaren seite schon die wand zerschnitten die eure gedanken bisher selbst als hindernis errichtet hatten denn ihr seid ihr eins mit dem von euch gefürchteten geleugneten oder ersehnten jenseits seid mit ihm eng und unlösbar verbunden versucht es denn eure gedanken sind die boten die ihr ausschickt die mit dem von euch gedachten schwer beladen wiederkehren sei es nun gutes oder böses es geschieht es geschieht denkt daran dass eure gedanken dinge sind sich geistig formen oft zu gebilden werden die das erdenleben eures körpers überdauern dann wird euch vieles klar so kommt es auch dass es ganz richtig heißt denn ihre werke folgen ihnen nach gedankenschöpfungen sind werke die euch einst erwarten die lichte oder dunkle ringe um euch bilden die ihr durchwandern müßt um in die geisteswelt zu dringen kein schutz kein eingriff kann da helfen weil ihr die selbstbestimmung habt der erste schritt zu allem muss deshalb von euch geschehen er ist nicht schwer er liegt nur in dem wollen das sich durch gedanken kündet so tragt ihr himmel wie die höhle in euch selbst entscheiden könnt ihr durch den folgen eurer gedanken eures wohlens seid ihr dann bedingungslos verfallen ihr schafft sie selbst die folgen deshalb rufe ich euch zu haltet den herd eurer gedanken rein ihr stiftet damit frieden und seid glücklich vergesst nicht dass ein jeder der gedanken von euch erzeugt und ausgeschickt auf seinem wege alle gleichart anzieht oder anderen anhaftet dadurch stärker immer stärker wird und zuletzt auch ein ziel trifft ein gehirn das vielleicht nur sekundenlang sich einmal selbst vergisst und damit solchen schwebenden gedankenformen raum gibt einzudringen und zu wirken denkt nur daran welche verantwortung denn auf euch fällt wenn der gedanke einst zur tat er steht durch irgendwen auf den er wirken konnte diese verantwortung löst sich schon dadurch aus dass jeder einzelne gedanke dauernd verbindung mit euch hält gerade wie durch ein unreißbaren faden um dann zurückzukehren mit der unterwegs erlangten kraft um euch selbst wieder zu belasten oder zu beglücken je nach der art die ihr erzeugtet so stehen wir in der gedankenwelt und geben mit der jeweiligen denkungsart auch raum denn dieser ähnlichen gedankenformen deshalb vergeudet nicht die kraft des denkens sondern sammelt sie zur abwehr und zum scharfen denken das den speeren gleich hinausgeht und auf alles wirkt schafft so aus euren gedanken den heiligen speer der für das gute kämpft der wunden heilt und die gesamte schöpfung fördert zum handeln und zum vorwärts schreiten stellt deshalb das denken darauf ein um das zu tun müsst ihr an manche säule rütteln die althergebrachte anschauungen trägt oft ist es ein begriff der falscher fast den wahren weg nicht finden lässt er muss zurück zu dem punkt wo er ausgegangen ist ein lichtblick stürzt den ganzen bau denn er jahrzehnte hindurch mühevoll errichtet hat und er geht dann nach kurzer oder längerer betäubung wie der neuen zwerg er muss da es im weltall keinen stillstand gibt nehmen wir zum beispiel den begriff der zeit die zeit vergeht die zeiten ändern sich so hört man überall die menschen sagen und unwillkürlich taucht dabei ein bild im geiste auf wir sehen zeiten wechselvoll an uns vorüberziehen dieses bild wird zur gewohnheit und legt auch bei vielen damit einen festen grund auf den sie weiter bauen ihr ganzes forschen grübeln danach richten nicht lange währt es aber bis sie dann auf hindernisse stoßen die im widersprüche miteinander stehen es will mit besten willen nicht mehr alles passen sie verlieren sich und lassen lücken die trotz alles grübelns nicht mehr auszufühlen gehen so mancher mensch wendt dann an solchen stellen muß der glaube als ersatz genommen werden wenn logisches denken keinen anhalt findet das ist aber falsch der mensch soll nicht an dinge glauben die er nicht begreifen kann er muß sie suchen zu verstehen denn sonst reißt er das tor für irrungen weit auf und mit den irrungen wird auch die wahrheit stets entwertet glauben ohne zu begreifen ist nur trägheit denkfaulheit das führt den geist nicht aufwärts sondern drückt ihn nieder deshalb empor den blick wir sollen prüfen forschen der drang dazu liegt nicht umsonst in uns die zeit vergeht sie wirklich weshalb stößt man bei dem grundsatz auf hindernisse wenn man dabei weiter denken will sehr einfach weil der grundgedanke falsch ist denn die zeit steht still wir aber eilen ihr entgegen wir stürmen in die zeit die ewig ist und suchen darin nach der wahrheit die zeit steht still sie bleibt dieselbe heute gestern und in tausend jahren nur die formen ändern sich wir tauchen in die zeit um aus dem schoße ihrer aufzeichnung zu schöpfen um unser wissen in den sammlungen der zeit zu fördern denn nichts ging ihr verloren alles hat sie aufbewahrt sie hat sich nicht geändert weil sie ewig ist auch du o mensch bist immer nur derselbe ob du nun jung erscheinst oder als greis du bleibst der der du bist hast du das nicht schon selbst gefühlt merkst du nicht deutlich einen unterschied zwischen der form und deinem ich zwischen dem körper der veränderungen unterworfen ist und dir dem geist der ewig ist ihr sucht die wahrheit was ist wahrheit was ihr heute noch als wahrheit fühlt werdet ihr morgen schon als irrtümer erkennen um in den irrtümer dann später wieder wahrheitskörner zu entdecken denn auch die offenbarungen verändern ihre formen so geht es für euch fort mit unentwecktem suchen doch in dem wechsel werdet ihr gereift die wahrheit aber bleibt sich immer gleich sie wechselt nicht denn sie ist ewig und da sie ewig ist wird sie mit irdischen sinnen die nur formen wechseln kennen nie rein und wirklich zu erfassen sein deshalb werdet geistig frei von allen irdischen gedanken und ihr habt die wahrheit werdet in der wahrheit sein um euch von ihren reinen lichte dauernd überstrahlt darin zu baden denn sie umgibt euch ganz ihr schwimmt darin sobald ihr geistig werdet dann braucht ihr nicht mehr wissenschaften mühsam lernen braucht keine irrtümer zu fürchten sondern habt auf jede frage schon die antwort in der wahrheit selbst noch mehr ihr habt dann keine fragen mehr weil ihr ohne zu denken alles wisst alles umfasst weil euer geist in reinem lichte in der wahrheit lebt drum werdet geistig frei sprengt alle banden die euch niederhalten wenn dabei hindernisse kommen jaucht's ihnen froh entgegen denn sie bedeuten euch den weg zur freiheit und zur kraft betrachtet sie als ein geschenk aus dem euch vorteile erwachsen und spielend werdet ihr sie überwinden entweder werden sie euch vorgeschoben damit ihr daran lernt und euch entwickelt wodurch ihr euer rüstzeug zu dem aufstiege vermehrt oder es sind rückwirkungen von einer verschuldung die ihr damit lösen und von der ihr euch befreien könnt in beiden fällen bringen sie euch vorwärts deshalb frisch hindurch es ist zu eurem heile torheit ist es vom schicksalsschlägen oder prüfungen zu sprechen fortschritt ist jeder kampf und jedes leid denn menschen wird damit gelegenheit geboten schatten früherer verfehlungen zu löschen denn kein heller kann dem einzelnen davon erlassen werden weil der kreislauf ewiger gesetze auch darüber in dem weltall unverrückbar ist in denen sich der schöpferische vaterwille offenbart der uns damit vergibt und alles dunkle löscht die kleinste abweichung davon müsste die welt in trümmer stürzen so klar ist alles eingerichtet und so weise wer aber nun sehr viel von frie aus zugleichen hat muss dieser mensch dann nicht verzagen wird ihm nicht grauen vor der ablösung der schulden er kann getrost und froh damit beginnen kann ohne sorge sein sobald er ehrlich will denn ein ausgleich kann geschaffen werden durch die gegenströmung einer kraft des guten wollens die im geistigen gleich anderen gedankenformen lebendig und zu starker waffe wird fähig jede last des dunkels jede schwere abzustreifen und das ich dem lichte zuzuführen kraft des wollens eine von so vielen ungeahnte macht die wie ein nie versagender magnet die gleichen kräfte an sich zieht um damit lawinenartig anzuwachsen und vereinigt mit ihr geistig ähnlich gewalten rückwärts wirkt den ausgangspunkt wieder erreicht also den ursprung oder besser den erzeuger trifft und diesen hoch empor hebt zu dem lichte oder tiefer hinab drückt in den schlamm und schmutz je nach der art wie es der urheber erst selbst gewollt wer diese stete sicher ein treffende wechselwirkung kennt die in der ganzen schöpfung liegt die sich mit unverrückbarer gewissheit auslöscht und entfaltet weist sie zu benützen muss sie lieben muss sie fürchten diesem belebt sich nach und nach die unsichtbare welt um ihn denn er füllt ihre wirkungen mit einer deutlichkeit die jeden zweifel löscht er muss die starken wellen der rastlosen tätigkeit empfinden die auf ihn wirken aus dem großen all sobald er nur ein wenig darauf achtet und fühlt zuletzt daß er den brennpunkt starker strebungen abgibt wie eine linse die die sonnenstrahlen fängt auf einen punkt vereinigt und dort eine kraft erzeugt die zündend wirkt die sengend und vernichtend doch auch heilend und belebend segenbringend strömen kann die auch imstande ist loderndes feuer zu entfachen und solche linsen sind auch wir fähig durch unser wollen diese unsichtbaren kraft strebungen die uns treffen zu einer macht gesammelt auszusenden zu guten oder bösen oder bösen zwecken um der menschheit segen oder auch verderben zuzuführen loderndes feuern können sollen wir damit entzünden in den seelen feuer der begeisterung zum guten edlen zur vervollkommnung dazu gehört nur eine kraft des wollens die den menschen in gewissem sinne zu dem herrn der schiffung macht zu der bestimmung seines eigenen geschicks sein eigenes wollen bringt ihm die vernichtung oder die erlösung schafft ihm den lohn oder die strafen selbst mit unerbittlicher gewissheit nun fürchtet nicht daß dieses wissen von dem schöpfer abtreibt euch den bisherigen glauben schwächt im gegenteil die kenntnis dieser ewigen gesetze die wir nützen können lässt uns das ganze Schöpfungswerk noch vielerhabener erscheinen es zwingt den tiefer forschenden andachtsvoll auf die knie durch seine größe nie wird der mensch dann böses wollen er greift mit freuden zu der besten stütze die es für ihn gibt zur liebe zur liebe für die ganze wunderbare Schöpfung liebe für den nächsten um auch diesen zu der herrlichkeit dieses genusses dieses kraftbewusstseins hinauf zu führen 10 10 10 10 11 11 12 15 15 15 16 Untertitelung des ZDF, 2020